So, hab überlegt, heute Late Night zu machen, da Fortnite so viel zu tun gibt. Okay, dann weiß ich Bescheid. Cowboy oder Ninja. Ich nehme Ninja. Was hast du denn zu sagen? Kennst du schon das Herz-Amulett? Es ist sehr beliebt bei Neulingen. Wägst du eins, verleitest dir drei Bonus-Herzen. Also, was meinst du? Möchtest du ein Herz-Amulett? Warum nicht? Ich kann es auch wieder an mich nehmen, wenn du es nicht mehr brauchst. Habt ihr bei dir eben mal was bei WhatsApp geschenkt? Kannst du nach dem Stream mal schauen? Das würde einiges erklären. Okay. Ninja-Künste, Weg des Wassers. Let's go. Bei meinem V-Tube-Modell wird nämlich über das Handybildschirm gezeigt. Alle klassischen Ninja-Geschichten beginnen in diesem Dorf. Äh, da geht es aber nicht weiter. Peach wird zu Sakura. Sie haben das Dorf besetzt. No. Los, Peach. Enchantix. Ich habe spontan den Weg gefunden. Das Dorf braucht deine Hilfe. Niemand kommt hier vorbei. Haus des Ältesten. Hörst du auch zu den Ninja? Nein, nicht wirklich. Glaube ich zumindest. Jetzt aktuell noch nicht. Dieser Weg führt zum Haus des Ältesten. Du bist durch den Brunnen geschlüpft? Ja. Macht doch jeder heutzutage. Ich frage Link. Hier entlang. Lass dich nicht entdecken. Habe ich hart genug trainiert? Jetzt schon. Wer bist du? Ich bin Peach. Bist du zum Haus des Ältesten? Angeblich gibt es einen Geheimweg. Hörst du mal. Kann ich hier lang? Null. Null, dass ich schon den Geheimweg. Kann ich mal noch gucken, was da auf der anderen Seite ist? Da habe ich was gesehen. Hehehe. Kann ich eigentlich auch wieder zurück? Nee, kann ich nicht. Bist du vielleicht die Ninja-Legende? Ich glaube nicht. Dann musst du Naruto fragen. Du hast den Weg hierher gefunden. Vielleicht kannst du uns helfen. Wer besonnen ist, scheint hier nichts zu sein. Zeit für die nächste Verwandlung. Es ist Zeit. Ninja Peach. Ich konnte mir vorstellen, dass ich das gestern erst gespielt habe. Du kannst mir ja ein bisschen spoilern mit dem Thema, wie sehr fies sind die Versteckte zu teilen. Das würde mich entsorzieren. Ah, eine Verbündete. Bitte helft uns. Ui. Posieren. Posieren. Wie habe ich das jetzt gerade? Oh, da macht sie das, wenn ich nichts mache. Also, das macht sie automatisch. Versteck dich im Gras, Steuerung. Schleiche dich durchs Gras und greife... Schleiche dich durchs Gras an Gegner heran und schlage da mit Hilfe vom Bezo. Warum lese ich was vor, was da gar nicht steht? Hier ist nichts Ungewöhnliches. Ja, fällt sie überhaupt nicht auf. Das war wirklich nicht so hoch. Wenn nur eine Ninja-Legende hier wäre. Bitteschön. Da fragt man sich jetzt gerade, wo die Schleife sein könnte. Ich hoffe, Nintendo macht mehr solcher Spiele, da hat er extrem viel Spaß mit dem Spiel. So, einmal hier runter. Wer weiß, vielleicht kommt hier irgendwann eine Fortsetzung. Ich hoffe ja immer noch auf ein Pokémon Warriors. Aha, da oben ist was. Ich rate die Weltwerte zur Wand. Ich werde Pokémon Colosseum und XD Remastered Collection feiern. Oh, das wäre auch glücklich. Muss ich mal sagen, ich kenne die Spiele nicht. Das wäre für mich blind. So, weg mit euch. Sie sei wachsam, Dotlaum. Viele Feinde. Können wir mal sagen, wo ich hier natürlich schon die Steife kriege. Das wird mir langsam so verdächtig, dass ich was verpasst habe. Vor allem muss ich doch irgendwie da hochkommen, dort oben ist doch. Habe ich das vergessen oder habe ich dir gestern die alle Jahre wieder durch zwei Softwareliste geschickt? Das sah viel entsprechend aus. Nein, hast du nicht. Vielleicht komme ich irgendwie anders dorthof. Das fände ich von da oben. Gleich von da aus. Aber ich versuche erstmal dort später hinzukommen. Warte mal, kann ich vielleicht auch so springen? Warte mal. Hier. Ja, bitte. Weiß nicht, wie ich da oben. Opa. Das ist einfach cool. Oder so? Wie war es denn so gedacht? Okay. Meinst du es ganz anders so? Okay. Ich habe so ein ungutes Gefühl, dass ich die Schleife schon verpasst habe. Gibt es in diesen... ... Ja, es kommt dafür an den Schleifen. Warte mal, ich klopfe einfach mal hier am Fenster. Hallöchen, jemand zu Hause? Nein. Okay. Gibt es auf jeden Fall ein Dech, wo man ein bisschen Distanz zurückgeht. Okay. So wissen. Und weg mit hier. Ach, da ist die Schleife. Gut. Glub, 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 glub. Okay. Okay, dann haben wir das auch schon mal gesehen. Okay. 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 Und weg mit hier. Okay. Ich habe noch nichts verpasst. Konzentration. Sie sind hinter den Schriftrollen her. Die Schriftrollen gehören mir. Er darf nicht hinkommen. Ob er da nicht hinkommen darf, ich möchte mich gerne einmal hier umsehen. Okay, nichts spannendes. Also, dass ich da posieren kann. Also, dass ich das nicht vermied habe, ich bin. Okay. Ah. Jetzt noch einen Verkauf. Jetzt noch einen Verkauf. Also, ich bin mir nicht vahe. Jetzt noch einer. Ja. Oh, nee. Ich hasse sowas. Mist, lass mich raten, ich muss die besiegen. Okay. 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 I think I know we're done. So long over time. Okay. Okay. Mist! das kurz ausblenden nicht versagen mobile daten haben okay wir haben das level beendet ich habe ein stern verpasst weil ich bin ich alle gegner besiegt habe die im stream verpasst haben kommen im laufe der woche auch auf youtube online ohne diesen aussetzer dann ist das dringeln ausgefallen war ich da schon in diesen super mario run artiges gedöns drin muss jetzt das ganze wiederholen bis dahin dann mache ich das auf screen ich kaufe mir erstmal paar sachen okay dann hätte ich nicht schnell reagieren können kümmer orange passt doch gut okay okay Bis zum nächsten Mal.